Radio, gibt es hier ein Logo? Wir sind bei Radio ZUSA! Und Michael ist auch dabei. Übrigens danke nochmal, dass wir das hier machen dürfen. Ich war so gesehen quasi ein Fan der ersten Stunde, war bei sehr vielen Konzerten auch schon dabei. Die Garage ist gelaufen, oder? Später in HD dann. Ne, es ist auf jeden Fall... Ja, es macht uns selber auch Spaß. Natürlich immer, wenn die Kameras dabei sind. Hey, was machst du da? Ich bin hier! Hallo! Hörst du mich auch wohl zum Kitzeln hier? Leider habe ich gepackt. Du hast glaube ich Fußpilz an den Händen. Handpilz wird das dann. Na? Du möchtest du nicht. Ne, ich möchte nicht. Ich habe heute extra nicht die Nase gemacht. Hallo! Wer bist du denn? Ich bin der Andi. Hallo Andi. Wer bist du denn? Teke. Halt die Fresse. Das ist Andi Teke, er geht gern. Andi Teke. Ost. So, wir sind hier im Backstage. Hier ist das sehr schön. Es gibt Kaffee. Und da sagt noch mal einer. Schöner Kaffee. Kalter Kaffee. Kalter Kaffee. Kalter Kaffee mit Sprudel. Ey, was machst du da? Oh. Oh? Oh! Bist du der Weihnachtsmann? Ja. Hose before Hose. Wie das jemand immer so schön sagt. Hose before Haze. Ja. 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 Untertitel. Cyprier zurück Inbr Schutz. In línea läuft sich besser. Kaz Krege, dein Mannes zu. Die weich weiß das Jessie ist droht Leggwetter werden schnell nach vaut. Wie auch nur die Grütten die ihr Started aus. Take das Wort Sechlinge zu see. Die linke falschδαورische ReTHEGI. Alemars ist Ja 있�ier. Was ist immer. Vor allem Hose primeín l abre. Ich ga jetzt noch imm Daleại populär. Du magstDigonton Radio. Ich glaub du bist dann Kärchenstab! Untertitelung des ZDF, 2020